Eisen! Was war das für ein Geräusch? Keine Knochen? Ich hab keine Knochen. Oh, dann bin ich hier beruhigt. Ich bin doch ein Wurm! Seit wann haben wir immer Knochen? Oh! Lava! Oh, hier wirst du ein bisschen zu tun haben. Ich merke das schon. Vielleicht kommt Lava von oben. Ich hoffe, wir finden Diamanten. Noch nicht. Meine Spitzhacke geht dem Ende. Ich hab noch zwei mit. Obwohl die hier auch nicht mehr lange hält. Ah, der sah nicht so aus. Hier ist ja Wasser! Hm? 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 Wo bist du? Im Wasser. Nee, Mr. Zombie. Hier ist auch im Wasser. Das ist ein Wasser-Zombie. Der ist so laut. Weiß nicht, wie der ist. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Endlich! Kohle? Kohle. Kohle. Wo bist du denn langgeschwommen? Hacke. Ach da. Mr. Focke. Oh, ich liebe diese Musik. Ich habe mir heute ein Video angeguckt. Von dem Papa von Oskar. Dieser Oskar. Oskar ist auch groß geworden. Meine Fresse. Na jedenfalls hat der überlegt, er muss sich ein neues Auto kaufen, was er auch dienstlich nutzt. Und hat dann ein Tesla verglichen mit einem Skoda Octavia. So. Und dann wurde Oskar gefragt, was er dann so davon hält. Und dann fing er an, ja, der Tesla, der hatte ja veganes Leder. Weiß Bescheid, ne? Veganes Leder. Hä? Naja, früher hat man da zu Kunstleder gesagt. Und auch wenn veganes Leder aus Pflanzenfasern mit hergestellt wird, das ist ein Bestandteil, sind da trotzdem Kunststoffe drin. Es ist natürlich viel umweltfreundlicher als normales Leder. Das Einzige, was daran anders ist, ist, dass dafür keine Tiere sterben müssen. Aber wenn ich sowas wieder höre, veganes Leder, ist dann natürlich wieder was Besseres. Das ist nur, damit man sich besser fühlt, glaube ich. Reden sich die Leute ein, ne? Schlimm! So ein Quark. Und dann hat einer in den Kommentaren geschrieben, ja, dann hat er aufgezählt, was noch alles vegan ist. Benzin und Diesel war da auch mit... Ah, der ist ja kein Tier für gestorben. Hm. Ist kein tierisches Produkt drin. Denn ist das Internet auch vegan? Ja, sowieso. Meine Spitzhacke ist kaputt. Strom vegan, Körper vegan, Tisch vegan, Milch vegan. Pflanzen sind ja nur auch keine Lebewesen, ne? Die muss man ja nicht schützen. Sind es ja nicht wert. Fleisch presst eine Pflanze. Ja, genau. Noch schlimmer geht's nicht mehr. Sonnenblume? Die ist die Sonne. Macht sie unschädlich. Ja. Ich hätte mal die Benachrichtigung ausschalten sollen, ne? Warte mal, das mach ich gleich. So, hab WLAN mit ausgeschaltet. Da kann ja nichts passieren. Oh, jetzt hab ich mir die Spitzhacke weggeworfen. Da kann nichts mehr passieren jetzt. Hier ist ja richtig viel. Redstone, ich komm gar nicht vorwärts. Spitzhacke am Ende. Ja, ich hab meine eine. Ich hab noch eine, wenn du brauchst. Aber dann... Hast du denn keine mehr dabei? Nein. Das ist schlau. Aber dann komm mal ein Stück zurück. Dann hol dir meine, die ich noch hab. Sonst müssen wir ja gleich wieder weg. Wude, du musst was basteln. Wir haben ja Kohle. Wir haben Stein. Wir haben Eisenerz. Ich hab Bretter dabei. Ich hab ne Werkbank dabei. Ich hab ja auch angenommen, dass wir mal Diamanten finden. Da hab ich wohl die Rechnung nicht... gesehen. Da hast du die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Ohne den Diamantenwirt. Ich komm nicht vorwärts. Hier ist wieder Eisen. Mit Superspitzhacke wäre mir das nicht passiert. Komm das kleine Stück zurück. Der ist Meter weit weg. Wer ist Meter weit weg? Du. Ich bin hier. Ich bin hier beschäftigt. Ich hab Eisen gefunden. Ja, hier können... Eisen kann nicht XP. So, ich muss mal in meinen Rucksack gucken. Tee. Da hab ich alles drin. Hier hab ich die Werkbank. Kohle hab ich hier auch. Das kann wieder weg. Hast du schon einen Ofen gebaut? Bin ich dein Mülleimer hier? Sag mal. Hakt's oder was? Diorit? Andesit? Das hab ich alles weggeworfen gehabt. Jetzt hab ich's wieder. Aber einen Ofen hast du mir nicht gebaut. Ich hab auch keinen Brustschirm. Nee, das glaub ich. Den hab ich auch ich. Warte mal, ich muss die Werkbank mal hier. Den da oben brauch ich nicht. Oh. Hau unter mich. Weißt du? Da war ein Ofen drauf. Was wird da? Hast du aber eigentlich recht. Das spart Platz. Ich brauch ne Stunde. Ich hab die Nase voll. Ich hab gar nicht genug Kohle für so'n Scheiß. Das ist eine Spitzacke. Oh. Er hat sie nicht eingesaugt. Jetzt hat er sie eingesaugt. Tschup. Aha. Was denn? Ich seh, was du craftest. Jetzt hast du zwei Spitzhacken. Bitteschön. Mein Lapis. Oh, danke. Müssen wir wieder haben. Geht das schon wieder los? Kannst du ja auch behalten. Hä? Kommt in den Rucksack. Wenn die Finger drauf wären, ist das so doof. Lapislazula haben wir ordentlich. Oder hab ich schon ordentlich. Und ich hab auch vier, fünf, sechs Redstone schon. Das ist schon ganz in Ordnung. Das Eisen brauche noch ein bisschen. Ja, ich mach das hier fertig, weil wir brauchen ja auch wieder welches denn nachher, ne? Wo unterwegs auch so'n bisschen. Und den Ofen muss ich auch wieder mitnehmen. Ach, das war um genug. Aber die Werkbank nehm ich mit. Na gut. Das lass ich zählen. Das war Sebi. Hallo. Warte mal. Bist du hinter mir? Nein, ich steh hier beim Ofen immer noch ganz brav. Was? Du bist brav? Ja. Hab ich dir das, das hab ich dir ja schon erzählt, dass ich mich ausgesperrt hab, ne? Mhm. Aber dann hab ich dir das von heute früh noch nicht erzählt, wo ich zur Arbeit fahren wollte, ne? Mhm. Im ersten, nächsten Dorf war ne rote Ampel. Da haben wir geschlagene 15 Minuten gestanden. Ich bin ja schon sauer gewesen, aber wenn du wüsstest, wie der hinter mir getobt hat. In seinem Auto. Der hat geschimpft. Eine Viertelstunde. Und was haben sie gemacht? Mitten in der Hauptberufsverkehrszeit haben sie in dem Dorf einen Baum abgesägt. Das kann man auch nicht erst um neun machen oder so, wenn die Leute alle zur Arbeit sind. Sogar der Schülerbus musste warten. Der steigte mit im Stau. Das heißt, die Kinder kommen dann zu spät zur Schule. Eventuell. Ja, die freuen sich. Wie genehmigt man sowas? Oder warum? Da kann man doch ein bisschen nachdenken. Das ist die Zubringerstraße. Die ist wichtig. Und in jeder Reihe, an jeder Ampel standen mindestens 20 Autos. In jede Richtung. Das ist für ne Dorfstraße ganz schön viel, glaub ich. Das ist ne Durchfahrtsstraße halt, ne? Wie soll man denn denken? Ja. Wie geht das? Das frag ich mich manchmal auch. Tschüss. Lass mich noch zu Ende sortieren. Für meine Superachs wiederhaben. Der Spitzhacke. Komm, mach die, du Hand. Ich will sie wiederhaben. Nix gönnt man mir. Du weißt doch, wie die angeht. Ich darf ja nicht. Dann sagst du das Tiger. Ich weiß das schon. Die ist so ruhig heute, ne? Hat sie schon per Einschreiben bekommen. Das bringt ja richtig was hier, was ich gerade mache. Welche Tiefe sind wir überhaupt? Warte mal. Analysieren, analysieren. Analysieren. Sechs ist ein bisschen hoch, ne? Oh! Du bist an Diamantenverleidung. Wie konnte das passieren? In sechs? Ah. Ist das hier ein bisschen anders? Kommt. Kommt vor. Kommt vor. Acht Diamanten. Oh, ich hab mal wieder ne Kohle. Aber danke, dass du das gesagt hast. Du hättest sie doch ernten können. Nö. Kohle wäre ich dir jetzt nicht böse gewesen, glaube ich. Hoffe ich. Oh, Kohle. Hatten wir lange nicht. Hält die Kohle auch mal auf. Ich ja. Das ist das, was wir hier wirklich reichlich finden, ne? Kohle ist mal ne Sucht, aber... Ich versuch mal ne Glücksspitzhacke zu kriegen. Äh. Dass wir mehr Diamanten rauskriegen am Ende. Wieder keine. Guck mal, was ist das hier? Ist das hier Grundstein oder Obsidian? Grundstein. Hier auf, bei sechs. Vier sind wir. Ich hab doch eben... Vier sind wir. Äh? Ich bin doch tiefer gegangen. Ja. Das ist ein bisschen, ne? Grundstein. TH-Olt-Mann-LP. Eisen. So. Gerade hier oben sind keine Stöckis, ne? 13 Diamanten an sich zu sammeln. Das ist gar nix. Okay, wir hatten schon mal mehr. Wir hatten ja auch nicht wahnsinnig viel, aber das war immer ausreichend für Werkzeug und für Rüstung, ne? Immer. Ja, das stimmt. So. Gut, wir haben da ja auch ewig gefarmt. Das gebe ich zu, wenn ich mich recht erinnere. Oh, wir waren oft farmen. Aber wir haben auch deutlich rausbekommen. Und ich hatte mal x-ray, aber das hat gar nicht so sehr viel gebracht, ne? Oder? Oh, ist gar nicht. Bei mir hat das ja nicht hingehauen. Achso. Das weiß ich nicht mehr. Jetzt habe ich kein Lapis. Ach nee, ich habe die ja gegeben. Da müsste noch noch welche in der Truhe sein. Oh, genüge. Achso, jetzt muss ich noch XP auszahlen. Aber ich hoffe, ich kriege Glück raus. Dann werden die Diamantenprobleme wenigstens begrenzbar. Dann dürfen wir die aber auch nur nehmen, wenn wir Diamant haben. Das ist der Sinn an der. Oh, Glück zwei. Ach ja. Halt. Da passt ja auch denn die Musik dazu. Kann ich dir die Saison geben? Ich glaube nicht, ne? Aber auf dein Inventar kann ich nicht zugreifen. Nein, das ist geschützt. Mit Passwort. Und verschlüsselt. Hast du das... Weißt du, was ich heute gelesen habe? Da habe ich auch gedacht, das kann nicht wahr sein. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Lande oder Stadtteil oder in welcher Stadt das war im Meckbom. Aber da haben Polizisten, da haben sich zwei minderjährige Mädchen, eine war 15, eine war 13, an die Polizei gewandt. Weil von der einen waren zum Beispiel Nacktfotos im Web veröffentlicht worden. Die sie wahrscheinlich ihm Freund geschickt hat oder so. Und noch ein paar andere Ferkeleien, ne? Und haben die nicht tatsächlich Erwachsen von den Polizisten? gekriegt, der den Fall bearbeitet hat. Der hat sich ihre Daten aus ihrer Datenbank gezogen. Und hat die denn da die Handynummer genommen, hat der SMS geschickt. Und andere hat das bei einer 13-Jährigen gemacht. Da fällt einem nichts zu ein, ne? Nicht wirklich. Das ist in meinen Augen von dem Dings mal abgesehen, von dem Datenschutzverstoß ist das. Ja. Mehrbärndienst kann man seinem eigenen Berufsstand nicht erweisen, finde ich. wenn man genau sowas tut. Oh, ich packe schon mal hier alles in die... Ja, das ist schön. Ich habe ein bisschen Eisen gefunden, aber Diamanten finde ich nicht mehr. Das Granit werfe ich weg. Das brauche ich nicht. Ähm... Ich mache mir hier mal... TP. Oh, jetzt falle ich da natürlich rein! Ach, ich brauche auch nur TP-Ult schreiben. Geil. Ja, mein TP ist holt. Ah, da ist schon wieder Grundstein. So, bitte. Warte. Rümpeln! Ich gebe den Trash-Befehl. Rümpeln! Ich mache das klassisch. Bruchstein. Granit. Gehe ich halt. So, ich habe gerümpelt. Hallo? Guck sie dir an. Sie ist heilig. Oh ja, die wird gleich weggesteckt. Ich hätte nicht gedacht, dass wir gleich Glück 2 bekommen. Hast du auch eine? Ich habe das nur einmal bekommen. Das ist aber lieb von dir. Dankeschön. Ich muss mir auch gleich wieder eine basteln, aber ich habe noch alles da. Wenn wir Reparatur drauf hätten, wäre das ja nicht ein Problem, dass wir mit der ganze Zeit arbeiten, aber so weit sind wir noch nicht. Ich biege den immer ab und zu mal ab. In der Hoffnung, dass das was bringt, aber sieht nicht gut aus. Ich sehe natürlich nicht, wenn ich oben was finde, weil ich da... Ah, Rätsel. Heißt du schon? Ich habe 21. Ich sollte mal einzahlen, ne? Ja, die Spitzacke hat auch 1000 Erfahrungspunkte gekostet. 1000? Ja. Das ist nicht wenig. Nee, das war ganz schön teuer. Warte mal, ich... lande hier vorbei. Oh, ich hole sie dir. Hol sie dir. Die Musik ist so laut, ne? Nachher im eigentlichen Video ist die kaum zu hören. Ich verstehe das immer nicht. Ich brauche noch eine dritte Soundkarte und eine dritte Audiospur. Mir kommt OBS ganz durcheinander. Das war meine Spitzhacke. Onkel Sebi, die Spitzhacke ist kaputt. Ich habe gerade nur Tiger... Ich habe gerade nur Tiger gehört. Ich sehe auch wieder nur ihren Schwanz. Tiger hat einen dicken Schwanz, du da. Ja, der ist auch ganz schön behaart, muss ich sagen. So wie deine? Habe ich nicht gesagt. Warte, ich muss Spitzhacken bauen. Ich wurde mich an dir vorbei. Das ist mir egal. Oh, das ist ja eine Axt. Oh, Redstone. Oh, du, 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 du. Oh. Waps. Achso, die Kohle kannst du auch mit Glück 2 abbauen. Gibt mehr Kohle. Aber Kohlemangel haben wir nicht. Ich würde es trotzdem machen. Ich würde es auf jeden Fall bei Eisen machen, wenn ich daran denke. Eisen bringt nicht doppelt. Oh. Nur Redstone. Lappes Lappes Lappes. Echt? Diamanten. Ja. Kriege ich mal kurz die Picke? Ich habe gerade was gefunden. Achso. Warte, warte. Ups. Weißt du auch, ich brauche sehr viel Kohle. Oh, hier ist wieder Lappen. Jetzt ist egal. Ja, lass liegen. Ich komme gleich. Jetzt habe ich schon einen abgebaut. Das macht nix. Aha, so viel Kohle. Oh, Glück 2 ist geil. Schade, dass es nicht mehr XP bringt. Komm. Aber nicht, dass sie... Oh, ist das Eisen? Gold. Ist das Gold? Ja, bei mir zumindest. Ja, dann muss es bei mir ja auch Gold sein. Das ist ja Tetsche-Pack zu Tetsche-Pack anders. Ja, aber der Block ist ja der gleiche, ne? Der sieht bloß anders aus. So meinte ich das jetzt. Achso. Bim, bim, bim. Bim, 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 bim. Mein Rätstum. Triffst du nicht. Nein. Ich höre Lava. Das beunruhigt mich. Das würde ich gerne mal auf einer Karte sehen. Was wir hier für Wurm-Würmer-Gänge bauen. Oh nee, das möchte ich nicht unbedingt sehen. Boah, hier ist ganz viel Granit und Diorit und so. Brotstein. Ah, das brauchen wir relativ. Und Entstein. Also sehr viel tiefer kommen wir nicht. Okay. Fuck. Okay.